Musik 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 Dieser Turm ist nicht der jetzt der Skirm, oder? Scheiße, hey, genau. Juhu, Juhu. Schaut was, wie hier denn an? Ich hab kurz einen Freizeitpark gemietet. Trotzdem kaum auf den Heidepark. Jetzt werden wir von Scrim gefahren. Ich will sowas. Auf die Sturm hier so. Hey Leute, das war ja Wahnsinn. Das ist so geil. Und du denkst vor allem, es ist schon vorbei. Und du fällst und fällst und fällst und fällst. Es ist nur so Hammer. Und zum Schluss haben wir uns nicht mehr festgehalten. Du darfst dich nicht mehr festhalten. Und ich wollte auf einmal. Wildwasser, oder? Wildwasser, oder? Wildwasser, oder? Wildwasser, oder? uuuu man. W加入, oder? P Wist er schon bei dir. Ja ist er sogar ja! P Jetzt kommt Kolossus, es fängt gerade an zu regnen ein bisschen und sonst können wir die nicht mehr machen, darum ziehen wir die jetzt vor. Die ist richtig geil, die heute sagt aber nicht so schnell. Wir hatten ja mal ein Konzert hier und da sind wir schon mitgefahren. Das ist aber lange her und darum ist es gut. Georg, komm! Hier vorne mitbleiben! Dass ich mich darauf eingelassen habe. Hier ist so geil, Leute! Heavy Metal! So, wir kennen hier sich. Jetzt sind wir ein bisschen nass auf. Ey, das tat so weh, der Regen tat so weh, wurde dieses ganz große Ding und dann die drei hintereinander, das tat so weh. Ich bin die erste Runde mitgefahren und dann cleverer Weise. Das wünscht sich doch jedes Kind wünscht sich das, so ein Park mal ganz allein zu haben. Und früher saß ich immer in diesen ganzen Fahrgeschäften und dachte, irgendwann will ich so ein Park mal für mich alleine haben. Ich finde es gerade so geil, dass wir das machen. Ich freue mich gerade so drüber. Wo ist denn jetzt los? Da! Wo ich fährst! So! Hä? Wie sieht man das denn immer hier? So! Überraschung! Überraschung Auf von vorne eine 2,4 Sekunde. Das wird so schnell wie meine Karre. Lieber Gäste, das Abenteuer des Rauchers beginnt jetzt! Und jetzt wird zurück! prayed Ich hab echt so ne Kopfschmerzen schon, ich weiß gar nicht, wie die das überleben. Wir haben hier als Kinder jeden Geburtstag von uns und von unserem Präsent gefallen. Seit mir haben wir so ein Bollerwagen und da war so komplett unsere Proviant drin für den ganzen Tag. Und dann sind wir von morgens bis abends komplett in den Park gewesen. Und darum will ich, ich kenn hier auch alles hin und auswendig. Wir sind mit jeder beschissenen Gondel sind wir hier schon gefahren. Also ich kenn hier alles. Also bei dem Teil, dann mach ich lieber den Kommentator. Ich mach jetzt hier einen Aufsager an die zwei an unseren 20. Geburtstag. Und es ist fun, wir sind alle durchgeregnet und durchgeweicht. Und es hat aber aufgehört zu regnen und jetzt kommt die Sonne raus. Und dann kommt die Sonne raus.